Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Control. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode haben wir gegen Hartmann gekämpft. Die erste Hälfte ist nicht so schwierig, die zweite viel schwieriger. Also da muss ich dann echt... Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt noch nicht bereit dafür. Ich glaube, dass wir für das noch viel zu schwach sind. Ist meine Meinung. Also ich habe das Gefühl, dass es besser wäre, wenn wir noch einige Sachen machen würden. Oh. Okay. Da könnte ich hier noch. Machen wir einfach mal ein paar Missionen. Alter, echt jetzt? Ich bin... Alter, was? Alter, ich bin gerade mal reingekommen, Mann. Ja, genau. So. Oh, 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 oh. So. Ach, kommt schon. Echt jetzt? Noch mehr? Sehr gut. Gut. Alter, da war es noch mehr. Alter, jetzt reicht es mir. Weg mit euch. Alter, es gibt sie nicht. Ich glaube, die kommen unähnlich nach. Anders kann es echt nicht sein. Ja gut. Gut, ähm, versorge die Pflanze mit Licht. AW, Verladebereich. Da bin ich ja gerade, ne? Wo sind hier Pflanzen, Alter? Hat ich Ihnen das verpasst? Also, wo sind hier Pflanzen? Schächte des Verladebereichs. Okay, da ist eigentlich nichts mehr in diesem Sinne los. Sorge die Pflanzen mit Licht. So, jetzt ist es immerhin mal leise hier. Ähm, bitte, was für Pflanzen? Ähm, bitte, was für Pflanzen? Was für eine verdammte Pflanze, Alter. Entweder bin ich blind, oder sonst was. Aber Pflanze sehe ich jetzt nicht. Wird jetzt auch nicht irgendwo eine sehen. Aber irgendwo muss es eine geben. Was wäre das Teil nicht da? Gehe ich jetzt mal davon aus. Also, irgendwo muss es was Pflanzen-mäßiges dann geben. Ah. Bitteschön. Fühlst du dich jetzt besser? Okay, das war eine, Alter. Das sind sogar noch mehrere. Okay. Muss ich anscheinend schnell sein. Das sind sogar noch mehr Pflanzen. Ja, nice. Okay. Ich, ich belasse es einfach mal dabei. Irgendwo muss hier noch eine Pflanze sein. Ich sehe, ich gehe jetzt mal halt davon aus, dass hier eine ist. Hey. Ja, gut. Ja, Licht. Jetzt weiß ich wenigstens nach, was ich gucken muss. Ja, hoffentlich kriegen wir irgendetwas, ja. Poges dafür, dass es hier irgendwie lohnt. Dann Korridor. Soll es auch welche geben, okay. Tja, ähm. Wir sind jetzt anscheinend der Pflanzenmeister. Zehn die da dazu. Okay, anscheinend nur die. Anscheinend nur die. Ja. Ah, okay. Hier ist auch noch eine, hey. Mein Freund. Gönn dir mal, Bro. Da waren gleich zwei. Da muss ich hier... Ich glaube, hier war eben da auch eine so dazwischen. Ja, 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 ja. Verstehe nicht, wieso die extra Licht braucht, wenn sie im Licht steht. Ah, gut. Ich bin nicht hier, um Fragen zu stellen. Das können wir uns... Die verlassenen Büros. Ah, hier. Ganz unten. Ne, wirklich gute Pflanzen hat die Behörde. War ich da nicht drin? Ja, war ich... Ah, das ist... Das hier. Ähm, gut. Hier können du... Ach, wirklich jetzt? Was? Ah, nice. Dich habe ich noch gebraucht, aber... Hier... 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 Einfach. Oh, ja. Gott, ähnlich. Äh, danke. Ähm. So, die verlassenen Büros. Da soll es ja irgendwo Pflanzen geben. Naja. Nachdem wir hier so abgegangen sind, ist, glaube ich, mit Pflanzen hier nicht mehr viel los. Ich bräuchte eigentlich ja nur so ein Teil. Nice. Äh, eigentlich würde ich nicht mehr sehen. So. Seen die nice Blümchen? Hier ist ein Blümchen. Blümchen-Meister. Yo. Guck dir das Blümchen an. Okay, alles klar. Los geht's. Ich bin auf der Suche nach Blümchen. Ähm. Da sah ich eines davon. Ja, gönn dir, gönn dir was Schönes. Alter, wenn man so denkt, was für eine Mission. Ja. Ja, ich glaube, so weit zurück wird nichts sein. So. Wo könnte noch ein Blümchen sein? Höchstens hier noch, ne? So, irgendeine dazwischen oder so. Ähm. Sieht nicht so aus. Okay. Könnte da die letzte Blume dann sein. Eine war in dem Raum. Genau, da ist auch keine zweite. Ich hoffe, dass man die nicht zerstören konnte oder sowas. Dann wäre das ein wenig blöd. Aber hier ist sonst nichts. Hier ist die zweite. Das ist Nummer drei. Hm. Ach, echt jetzt? Hier mitten im... Ein bisschen Sonnenlicht hat Wunder. Ist aber künstlich. Wie funktioniert denn das? Das war die letzte. Ich sollte jemanden einstellen, der sich um sie kümmert. Beauftragte für pflanzliches Wohlergehen. Macht Sinn. Aber wir haben jetzt auch Gehstände bekommen. In den Waffmodifikationen. Wo? Was ich für Stich Schussauflade da um minus ein 100. Das heißt wahrscheinlich, ich kann mit Stich sozusagen wahrscheinlich... Warte. Okay. Das fand ich jetzt gut. Vielleicht ist auch der Stich die Lösung zu haben. Ja, wieso nicht? Missionen. Was haben wir sonst noch? Ja, die... die Zische will ich jetzt nicht. zurück an den Absender. Ja. Das ist nun die Frage. Wo muss ich da hin? Ja, egal. Nein. Alter, ganz ehrlich, nö, mach ich jetzt nicht. Ah, Einsatzzentrum. Das ist nun. So, Operation Center zurück. Ja, okay, ja, alles klar. Und hier muss es wahrscheinlich irgendwo diesen finalen Kopierer. Rächter gesagt als getan. Ah, okay, hier ist ein Kopierer. Rächter, 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 Rächter. Rächter, Rächter. Rächter, 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 Rächter. Unerfiges Ding. Unerfiges Ding. Du Scheißding. Kommt da einfach von der Tür raus. Alter, was? Was ist jetzt gerade passiert? Okay. Ich hasse diese Teile. Es war echt gemein, dass es einfach so bei der Tür rauskommt. Einfach so genau bei der Tür raus. Alter. Naja. Sichtsplattform. Der ist verschickt. Und bitte kein Spawn jetzt. Das wirkt zu ruhig. Ne, gut. Gut, wenn es nicht unbedingt immer abgehen muss. Ja, bleibt mir nichts. Alles übrig. Er spawnt nichts. Ich bin überrascht. Ganz ehrlich, ich bin überrascht. Glaub nicht, dass ich da richtig bin, oder? Ja, wusste ich. So, das siehst wahrscheinlich hier oben. Oder was? Geht's euch noch? Gut hier. Ich bin überrascht. Alter, geht ab hier. Die Waren, neger. Und am besten muss ich wieder zurück. Äh, ja. Ah. Alter, lass mich doch in Ruhe. So, so läuft das, oder so, ne ich weiß, so läuft das, mach schon wieder her. Nr. 3, das sollte gegen ein schlechtes Karma oder sowas helfen, aber wo kam der erste Brief her? Ich frage mich, ob ich seinen Ursprung finden kann. Dann können wir uns das einfach mal. Ich frage mich jetzt hier. Es wird hier. Ich sollte wohl dem Vorfolgen. Also verschickst du hier ohne Wünschte Kost. Oh, ne Kiste, nice. Und sonst haben wir hier leider gar nichts mehr. Ja, gut. War ne kleine Mission. Aber dennoch. Hartmann, ja, das ist schön, Alter. So, wo ist dieser Teil für aktive Untersuchungen? So, gehen wir gleich auch hier hin. Ein Spielautomat, wo soll er sein? Hinde ihn und interagiere mit ihm. Ein Spielautomat. Der kann ja eigentlich ja nicht so, muss ich sagen, Spielautomat. Will ich jetzt einmal in den Büros hier vermuten, ne? Einfach mal so. Aber sieht nicht so aus, als ob es hier wäre. Ja, vielleicht auf der anderen Seite. Ich hab was gehört. Da ist der Spielautomat. Schimm! Äh. Ich interagiere mit ihm. Ich überlebe gegen eine T-Shower. Äh. 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 Ach Gott. Trieblich jetzt. Ah. Was kann? Was? Was kann der? Alter, was konnte der? Alter, was konnte der? Was ist das? Sind einfach so von der Seite gekommen Alter, wo sind die? Oh Was ist das? Okay, ich bin für mich immer. Ach nein. Nice. Sieht ja gut. Läuft ja. Zum Beispiel haben wir geschmiert. Ah, nee. Okay. 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 Stierp, Junge. Stierp, Eva. So, weg. Oh, nee. Ja, genau. Alter, was ging hier ab? Alter, Junge. Hört doch auf. Hört doch ähnlich auf. Stierp einfach, Mann. Okay. Ähm. Ich sehe jetzt keinen. Alter, wo sind die? Ich nutze die Gunst der Stunde und sage, das war's mal für die Folge. Lasst Like da, lasst Nau da, lasst Kompon da, da. Ich freue mich über alles. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.